Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Aussagenlogik. So, dieses Mal geht es um Basen und ich werde jetzt wahrscheinlich in diesem Video hauptsächlich reden und wenig schreiben. Deswegen müsst ihr mir ganz gut zuhören. Ich werde höchstens mal mit meiner Maus irgendwie drüber fahren. Aber deswegen habe ich das hier schon mal vorgeschrieben. Es wird wahrscheinlich auch nicht so ein langes Video werden, also es geht. Gut, also fangen wir an. Eine Basis ist eine mögliche oder eine Anzahl an Zeichen, wie zum Beispiel die, die ich hier aufgeschrieben habe. Also 0 und der Implikationspfeil ist eine Basis. Das hier ist eine Basis. Nor alleine ist eine Basis und der Schendenoperator mit 1 und 0 ist eine Basis. Also eine Basis ist eine Menge von Formelzeichen, mit der man alle möglichen Formeln in der Aussagenlogik darstellen kann. Also wirklich alles. Ihr habt ja noch im Kopf, man kann Formeln mit diesen Wahrheitstabellen für eine Funktion darstellen. Also jede Funktion, jede Bullshit-Funktion kann ich mit einer Wahrheitstabelle darstellen. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, jeden Eintrag in dieser Wahrheitstabelle einzeln darzustellen, dann kann ich das Ganze, also die Zeichen, die ich dazu benutzt habe, als Basis bezeichnen. Wie wir es mit und und oder 1, 0 und nicht gemacht haben, das wissen wir schon. Das haben wir nämlich einfach abgelesen und haben daraus dann die konjunktive bzw. disjunktive Normalform gemacht. Und was ich euch jetzt sage, ist ein Teil, was ich euch letztes Mal schon gesagt habe, mit dem Schendenoperator kann man auch alles darstellen. Das habe ich euch letztes Mal auch, glaube ich, schon zum Teil gezeigt. Aber was interessant ist, man kann mit 0 und dem Implikationspfeil jede Formel darstellen. Und man kann mit diesem NOR auch jede Formel darstellen. Allerdings ist es extrem umständlich, nur mit dem NOR eine Formel darzustellen. Aber manchmal wird es eben gebraucht. Und ja, was das für euch bedeutet ist, ihr könnt jede Basis logischerweise ineinander umrechnen. Das heißt, wenn ihr eine Formel in konjunktiver Normalform gegeben habt, hier die zweite Basis, dann könnt ihr so lange umformen, bis überall nur noch ein NOR steht. Und dann habt ihr die Basis von dem NOR. Und das ist jetzt tatsächlich mal was, was ihr üben könnt. Einfach mal irgendeine Formel benutzen und schauen, ob ihr das nicht umformen könnt in eine andere Basis. Ja, in dem Fall habt ihr schon eigentlich begriffen, was eine Basis ist. Und ja, ihr kennt auch eigentlich den Großteil schon von dem her. Ich wollte euch nur sagen, dass es da sowas gibt und dass die Dinger Basis heißen. Und ich glaube, die vier sind so ziemlich die wichtigsten. Also man kann natürlich auch noch größere Basen nehmen. Man kann einfach alle Zeichen reinstecken, dann hat man auch eine Basis. Das ist dann halt keine minimale Basis, sondern eine richtig schön große Basis. Aber die Basen, die ich hier aufgeschrieben habe, die sind alle tatsächlich minimal. Also kleiner geht es nicht. Ich darf hier nicht eine 1 oder eine 0 raus. Schmeißen, ich darf auch nicht das NOT rausschmeißen, denn sonst kann ich die Formel nicht mehr darstellen. Genau. Also ich hoffe, ihr habt es verstanden, was eine Basis ist. Und ich möchte euch bitten, probiert einfach mal aus, ob ihr vielleicht irgendeine Funktion hin und her rechnen könnt. Es ist nicht allzu schwer. Man muss nur Glück haben, sozusagen, dass man direkt draufkommt. Ansonsten ist es relativ viel Rechnerei und das wollte ich euch einfach irgendwie ersparen. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.